Wir gucken jetzt mal heute, zweiter Tag, wir sind heute mit Miss Ellie unterwegs. Jetzt wollen wir mal schauen, wieso die Schlangen sind, weil Rockabee will mal gucken, was bei Black Ops 3 los ist. Also, viel Spaß allen, ciao! Okay, Playstation-Vorturnabteilung, oh, ist das cool. Vertreibt uns etwas die Zeit bei Warten? Schauen wir mal. Das ist völlig begeistert. Also, ich glaube, wenn man nie ein Geschwister hat, dann hat man sich auch noch gemacht. Dann kommt die ganze Deutschland, 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 die ganze Welt, welches dann eigentlich noch nicht? Ja, das ist ja nicht gut. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Zeitvertreibend. Bergaufsteil, drei Stunden warten. Prognosebergauf fünf Stunden lang. Aber okay. Oh, da war noch einer. Okay, werfen wir mal was. Oh, oh, nicht so schnell um die Ecke rennen. Come on. Okay. Erfischt. Oh, oh. Oh, oh. Böse Feld. Okay. Okay. Also, erster Eindruck für euch. Schauen wir mal gleich in der Auftrag. Oh, das ist kein Start. Das ist ein bisschen mit dem Lippen. Untertitelung des ZDF, 2020